euer fall egal so herzlich willkommen zurück zurück zu den wir sind immer noch auf der suche nach dieser blöden brücke spontan würde ich sagen es ist eine steinbrücke in hoax miet also die chance nicht zu sein die vielleicht da übrigens nichts wichtiges war hier nur die brücke sind weg das heißt wir müssen gucken das ist recht davon eine der brücken ist oder die oder die hier also wieder zurück also wieder zurück und dann muss man glaube ich links von der gucken so und jetzt hier links sagen dann ist so eine vermutung wie gesagt es hat nichts damit zu bedeuten also sowieso vielleicht bin ich auch komplett auf dem falschen dampfer und weiß noch nicht was ich meine fliehende kerzen fehlen ja nicht der schutzgitter mit dem fliegenden kürzen so 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 Amen. Amen. Okay. Ich habe schon irgendwo gerade einen Plan. So, wir müssen mal was anderes suchen gerade. Ich habe mir das ganze Ding jetzt abgekürzt. Ich zeig euch mal, was ihr sucht müsst. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen... Das könnte diese Brücke hier sein. Ich vermute, dass es die auch ist. Dazu müssen wir... Ja. Müsst ihr... Nacht... Nachts machen. Und ihr braucht den Zauber... Lumos! Oder die andere Seite? Warte mal. Verzauberte Kerzen... Perfekt. Wohin mögen die führen? Dein Liebesbrief. Dann gehen wir mal dahin. Die Kerzen scheinen den verbotenen Wald zu führen. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Ja, das machen wir bei der anderen Mal danach. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Aber erst mal, wenn wir hier... Den Kerzen folgen. Wo ging denn hin? Der Schatz muss in der Nähe sein. Das ist die große Frage. Ein Picknick im verbotenen Wald. Da ist die Truhe. Ein Händchen für Schätze. Schaule, Schatzsuchers. Ein Haufenliebe abgeschlossen. So. Und in der nächsten Aufgabe. Die wir uns dann morgen angucken. Wie gesagt, ich habe euch jetzt mal Haufenliebe gezeigt. Ach, mein liebster Polonia. Wurdest du mir jetzt eine Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastelte aus Cornwell, was du sehr magst. für einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wieder zu sehen. Dein Richard. Hoho. So. Wie gesagt, ich muss mich noch ein Material vorbereiten. Also zwischendurch kommen wir mal Folgen. Ich wünsche mir die jetzt nicht allzu kurz ist. Ich wünsche mir die jetzt nicht allzu kurz ist. So. Und in der nächsten Folge folgen wir Schmetterling. So. Welcome back to Hogwarts Legacy. Also willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und wir folgen heute mal Schmetterling. in der nächsten Folge. Sieh sich das eine an. Das ist gerade nun. Wo hat die Quest abgeschlossen? Oder was? Mehr. Ja. Scheinmal schon. Keinmal zumindest wird's Öl als lädt zurück. Steht denn die? Nee. Da oben. Nee. Doch. Weck's beat. Ungefähr. Ne. 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 so leider leider darf ich dazu doch die drei fliegen schneid sogar wieder auf zwar nicht so der plan heute das ist jetzt gelöst hat die aufgabe ja habe ich würde weniger und freiwillig aber ich habe eine so ja aber nichts aufregendes ich bin ihnen in den wald gefolgt aber leider gab es da nichts besonderes zu sehen das war wirklich sehr mutig von dir danke und pass auf dich so und damit haben wir den schmetterlingen die aufgabe gefolgt wo ist es nicht wirklich besonderes aber wir haben sie geschafft damit haben wir weitere nebenquests abgeschlossen und wir haben nicht mehr so viel wir haben wir haben jetzt noch sechs quests so offen wir haben ein bisschen was weg gemacht jetzt aber gut wir haben jetzt ja das hänge ich euch hin daran wir haben schon 95 wir haben ja wir sind was gekriegt dann geld haben jetzt fast die möglichkeit die wesen erweiterung zu kaufen noch nicht doch was jetzt ja gut wir haben sogar schon was ich nicht aufgabe ich hänge euch das sind dann die alte folge davor dran das passt ja so ein bisschen zusammen na gut und gut damit ich aus heute mit top was weg ist sie und in der nächsten episode mal sagen und haben wir ja nichts besonderes jetzt die dägliche schlüsse müssen wir so ein bisschen den bein machen das kann man nicht machen das müssen wir machen und dann müssen wir sieg noch mal holen wir haben wir die hauptwürmer die hauptwürmer zunächst ist papis meeting und dann sehen wir uns wieder wenn ihr bock drauf habt ihr vielleicht morgen um 60 uhr bis dahin tschüss